Erfolgreich ist, wer schon heute die Technologie von morgen erkennt. Die Bielefelder A&M Kinzel Siebdruckmaschinen Limited ist durch die Kombination von jahrzehntelanger Erfahrung mit frischen innovativen Ideen zum Marktführer in der Branche gewachsen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte weltweit und ist überall für seine hervorragende Qualität und einen zuverlässigen Service bekannt. Nach Analyse der Kundendaten wird ein Konzept für dessen Bedarf entworfen. In der Konstruktion wird anschließend eine passende Lösung ausgearbeitet. Die Maschinen des Unternehmens sind modular aufgebaut. Somit können sie beliebig erweitert und je nach zu verarbeitendem Material flexibel und schnell umgerüstet werden. Ein weiterer Vorteil des Modulsystems ist der individuelle Aufbau, der an die jeweiligen räumlichen Bedingungen problemlos angepasst werden kann. Qualität hat einen Namen. A&M Kinzel Siebdruckmaschinen Limited.